8. Station Jesus begegnet den weinenden Frauen Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Liebe Gläubige, diese Station findet ihre Verankerung in der Heiligen Schrift. Wir lesen, im Lukas-Evangelium, es folgte eine große Menschenmenge. Darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich ihnen zu und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Was für ein befremdlicher Satz. Da geht der leidende Gottesmann in fürchterlicher Qual. Und die Frauen sind zu Recht bestürzt und betrübt. Die, die womöglich auf seiner Seite sind oder überhaupt die, die sich anrühren lassen von diesem Elend. Und er sagt zu ihnen, sie sollen nicht über ihn weinen, sondern über sich selber und ihre Kinder. Wie lässt sich das verstehen? Nun, wenn er der ist, von dem wir glauben, dass es ist. Nämlich Gottes Gegenwart in der Person dieses Menschen. Dann ist sein Handeln und sein Sprechen und seine Zuwendung immer zugleich so etwas wie Rettung und Gericht. Das heißt, auf der einen Seite, wir wenden uns ihm zu und fragen uns, was sagt es für mich? Verstehe ich, dass er das für mich tut? Dass Gott hier etwas tut, was zutiefst eigentlich mit meiner Existenz zu tun hat? Lasse ich mich darauf ein? Kann ich eigentlich sogar bejahen, dass er es tut? Und die Christen werden später verstehen, dass dieser Weg, den er da zu Ende gegangen ist, wirklich zu ihrem Heil ist. Wir feiern den Karfreitag, natürlich in einer ernsten, feierlichen Stimmung, aber wir feiern die Liturgie des Karfreitags. Warum? Weil wir eigentlich bejahen, was er da getan hat, was er auf sich genommen hat. Das heißt, es ist die Dimension der Rettung. Und gleichzeitig steckt in dieser Dimension der Rettung, wenn sie für uns alle ist, für die ganze Welt ist, auch sowas wie Gericht. Lasse ich mich davon betreffen? Rührt mich das existenziell an, sodass ich mein Leben auf ihn hin ausrichten und orientieren kann? Oder ist es etwas, was ich wie einen Film angucke aus der Beobachterperspektive und ein bisschen sentimentale Gefühle habe, die natürlich berechtigt sind, wenn ich einen leidenden Menschen sehe. Aber die Frage ist, hat das was mit mir zu tun? Je tiefer wir dieses Geschehen, liebe Geschwister, an uns heranlassen, desto mehr verstehen wir womöglich, dass Jesus sagt, weint nicht zuerst um mich, sondern um euch und eure Kinder. So viele, so viele in Jerusalem lehnen ihn ab. So viele wollen, dass er gekreuzigt wird. So viele Gruppen, auch der Religiösen, sind Schaulustige in diesem Prozess, in diesem Vorgang. Die Pharisäer, die Hohenpriester, die Sadduzeer, vielleicht auch die Essener, eine andere gläubige Gruppe. Ein paar sind vielleicht dabei, so wie seine Mutter, wie die Veronika, vielleicht ein paar auch, die aus der Ferne zuschauen, die noch zu ihm halten. Alle anderen, weint nicht um mich, weint um euch und eure Kinder. An der Qualität unserer Beziehung zu Jesus entscheidet sich unser persönliches Schicksal. Er hat diesen Weg für uns eröffnet. Deswegen sagen wir, Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.